Mitte November. Ich habe am Morgen heute genau den Zeitpunkt jetzt erwischt, wo die Sonne den Nebel durchbricht. Ein Traum. Und heute laufe ich den Tonbachsteig, ein weiterer Genießerpfad. Es gibt inzwischen so viele Genießerpfade, man könnte hier mal eine Challenge machen im Schwarzwald. In möglichst kurzer Zeit, Trailrunning ist es quasi dann, möglichst viele von diesen Pfaden zu laufen. Der Tonbach fließt dann in Bayersbronn in die Murk. Die nächstgrößere Stadt hier ist Freudenstadt. Also ich bin hier mitten im Schwarzwald sehr abgelegen. Verlaufen ist hier wie immer unmöglich. Es gibt die klassischen Schwarzwaldschilder. Wieder das Symbolschild für den Genießerpfad. Und in diesem Teil, wir sind hier übrigens in Württemberg, nicht in Baden, gibt es oben noch die gelben Schilder für die Trails für Mountainbiker. Und da steht sogar die Höhenmeterangabe drauf. Finde ich echt genial. Und das Besondere an diesem Genießerpfad ist auch, der führt durch den Schwarzwald-Nationalpark. Das ist noch mal eine höhere Liga. Jetzt habe ich hier die Kernzone vom Nationalpark erreicht. Absolute Ruhe hier. Und keine Menschen es ist unglaublich. In diesem Tal gibt es viele edle Hotels und dementsprechend viele Touristen. Hier ist man allein. Und ein Unterschied zwischen hier der Kernzone und dem normalen, sozusagen nicht geschützten Schwarzwald fällt einem sofort auf. Das ist das Moos. Es ist hier alles so mit richtig dicken Mooskissen bedeckt. Das ist klar. Wenn der Waldboden nicht berührt wird, man darf ja auch die Wege nicht verlassen. Es gibt keine Maschinen. Es wird kein Holz gemacht. Dann können sich im Lauf der Jahre, ich schätze mal, das dauert ewig, solche schönen Mooskissen bilden, die den Waldboden natürlich wunderbar schützen, Wasser speichern. Das ist eine richtig gute Klimaanlage. Ich wette, im Hochsommer ist es hier angenehm kühl. Wer auf Schaumbäder steht, ist hier auch richtig. Musik 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 Auch für diesen Genießerpfad finde ich alle Informationen super aufbereitet online. Hier die Übersichtskarte, in dem Bereich hier ist der Genießerpfad. Also mitten im Schwarzwald. Wenn ich näher rangehe, sehe ich hier ist das Murktal hier unten. Nach Bayersbronn und Kloster Reichenbach kommt man also mit dem Zug. Und dann ist hier dieser Rundweg. Im linken Bereich sind Wegpunkte verlinkt. Und unten gibt es die Höhenkarte. Distanz ungefähr 14 Kilometer. Höhenmeter 933. Also schon knackig, aber kann man trotzdem locker an einem halben Tag laufen. Wenn ich schließe, komme ich an diese Hauptseite hier von Outdoor Active. Hier kann ich mir natürlich alles auch nochmal lesen. Und das Teil als GPX oder KML runterladen. Also sehr einfach zu bedienen. Geschafft, mein Fahrrad hat hier auf mich gewartet. War ein traumhafter Weg wieder. Ich habe den nur deswegen noch nicht gemacht, weil er einfach relativ weit weg von Offenburg liegt. Kann ich nur empfehlen. Danke fürs Zuschauen und bis demnächst.